Mein Name ist Mario Seehafer und ich bin Generalvertreter bei der Allianz. Ich betreibe eine Agentur in Bad Segelberg und betreue meine Kunden und auch natürlich Neukunden im Bereich der gesamten Finanzdienstleistung. Das geht über Finanzierung, Baufinanzierung, Geldanlagen, das gesamte Versicherungsspektrum wird abgedeckt und hier ist es dann vollkommen egal, ob es Privatkundschaft ist oder ob es Firmenkundschaft ist. Das Besondere ist meine langjährige Erfahrung. Ich habe auch einen ganz speziellen Beratungsansatz entwickelt. Also ich sehe das sehr kundenorientiert. Ich sehe das allumfassend. Das heißt, meine Kunden müssen erst einmal oder dürfen mit mir erst einmal in einem zweistündigen Gespräch Bestandsaufnahme machen. Dann bestimmt der Kunde selbst, worum es dann im Folgegespräch gehen soll. Also er sagt selbst, was ihm auf dem Herzen liegt. Ich komme also nicht mit fertigen Produktangeboten an zum Kunden, sondern bei mir steht wirklich der Kunde im Mittelpunkt. Das hat mir seit 2014 mehrere Preise, habe ich mir damit verdient. Bis zum nächsten Mal.